Hallo Baki. Hallo. Hallo. Guck mal, mein Sambel, der geht auch schön auch, oder nicht, Opa? Oh, ich hab's jetzt mal. Mit Sambel, mein schöner Sambel, Alter. Da geh ich doch wunderschön auch. Ja, das ist schön. Ja, warum denn? So, jetzt muss ich einmal noch die Wünke, wiege, was gehen wir, okay, ich wünke mir, okay. Keine Ahnung, was geht, okay, so, haben wir live, sie haben wir, komm mal weg, mal, go. Und, ja, erstmal hoch nach 100 Jahren, wiege. 100 Jahre ist es her, oder, nicht, Baki? Keine Ahnung. So lange her, wo wirklich das live war. Ach, ich komm nicht. So lange her ist es her, du alter Rentner, Baki. So lange her, du bist ein Rang, ne? So, ich bin ein Affe. Ich bin ein cool man, alter cool man. Oha. Oha. Ich bin ein bisschen cool, Memo, die klingt ja noch auf dem Maul, hau. Oha, Memo. Kick-Kot-Borglich. Juck mich nicht. Kick-Kot-Borglich. Genau. So, Engelchen. Wegbo, ihr verlaugt, F cruegel. Und, ja, ein Uke. Lecker, Leute. Acht, ich bekomm, Neuke. Puhh. Acht, wie immer, ja? Wie immer. wie ihr gehört, Leute, kippen, wenn ihr wollt, und jo, da, 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 mal gucken, ob ich überhaupt noch, Leute, habt ihr mich hier geborgen, keine Ahnung, ich glaube eh nicht, weil ich war ja schon lange nicht mehr live, keine Ahnung, ob überhaupt noch jemand kippen guckt, ich war ja schon lange, lange nicht mehr live, keine Ahnung, Goppelpiech, liebe Leute, Goppelpiech, wach gegab, Leute, gang, geforch, kippen, Leute, wach gegab, Apropos meinen Bär, Wolke, auch mal hallo, gang, hallo, liebe Leute, wach gegab, wach gegab, Leute, wach gegab, Leute, wach gegab, Leute, ich war lange nicht mehr live, ich wollte jetzt auch mehr auf YouTube live gehen, dass ihr bescheidt bist, ich gehe jetzt mehr bei YouTube live, als bei Kickcook, dass ihr bescheidt bist, oder was, Opa, aber heute hast du mir endlich mal ein Bild, ich gehe endlich mal sehen, Opa, wie du auch gehst, wie du gang auch sehe ich, Opa, Opa, 52 Jahre 19 du bist ein Kapitel 19 alter 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 glaube ich auch mal aber nicht in mich hin цarisch im bau gehabt Peter Aper Aper ab haben ich auch bei wach einfache ab Die war aber nicht grün, die war baugewegen Ne, kippt, ich will nicht noch den Anstiegsflug, fragt ihr Da hat kein Loch, Opa Kippt, freut mir die Alkohol-Tusch-Scheiße an Ok Und da ließ ich mir vier wöchsen, jetzt nicht vor Ich lief bei meiner Oma Ok Leuch und allein finde ich immer langweilig, ihr wisst koch Ihr wisst koch wach ihr auch noch Ja, normal Gestern hab ich das Bege einfach nicht abgespeichert, ich hab ihn ganz ähnlich wie die DGA geschickt Ah, das ist kacke, ich muss genau anfangen beim Bier oder Bier, ich kriege oder was ist los bei dem Bier Ich muss ja das Bege neu fachen Ja, wie geht Leute was geht ab Was geht ab, was hab ich noch gemacht Wenn ihr wohl könnt, könnt ihr kippen, wenn ihr Bock habt und so Ja klar, ich kann ja zeigen wie viel Geld ich momentan Ich kann meine ganzen Unternehmens Okay Schau mal, komm mal Schau mal Schau mal gehen, guck mal, guck mal, guck mal Was kein Wachke an Geld hat in dem Bier Ok, es reicht auch nicht mehr in dem Bier, Leute Es reicht auch nicht mehr Wie heißt das Bier noch mal Wachke? Namen vergessen Zeig mal den Namen wie ich Bier heiße, vielleicht kann ich die Leute Ok, guck Gut, gut, gut So Ich glaube keiner hat von uns geboren oder Schild kann nicht, hat ja keiner machen Bänge, gar von gar Schild kann nicht Schild kann nicht Schild kann nur wenn jemand was kippt, Schild kann nicht Schild kann nicht Schild ist das ja Ich weiß eigentlich, was abtisch anfingen Na ja, da haben wir noch Gischgauhaft und Wäckebänken und wir gehen nie wach Der ist ja auch gelangweiliger wie wir und gehen bänken die Gauhaft, keine Ahnung warum Man begann, ich bin die Verwunder, ich bin der veracht die leute von vorne bis hinten und ich glaube auf geld vergehe ich nicht muss ich nicht vergehen das vergehe ich einfach nicht keine ahnung und geben mir noch nicht mal ein roge bach gehen noch nicht mal ein roge haben ich bin ab und zu ja auch bei anderen leute genau dann kann ich bachke in der buchkarte lieb sehen happy bachke ich komme gebucht ach die aber jetzt empfand ich nachgebucht aber jetzt empfand ich den neunten war was opa mhm genau da hat der Bachki gebrucht, da hat er Parkki gefeiert bei Bachki zu Hause ja, ich feier auch kein Parkki in der Parkki bei dir? oh mein Gott, Bachki ich habe folgenden Filme geguckt, aber der war gut gewesen kommt nicht da habe ich 4 Euro bezahlt, ja habe ich mir auch geliehen bei YouTube war gut gewesen der Film, ich glaube ich mache dann noch ein Video drüber ich rede dann noch drüber 1 Minuten Video ok na wie war die Abelskacholke? euch hier mal ein bisschen was Bachki wie war die Abelskacholke was hast du gemacht bei Abel? könnt ihr mal ein bisschen was euch hier nix, nur wie schnüppel ja was hast du gern gemacht bei Abel? Ragen gemächt geschnüppel ja wach geschnüppel ja wach ja wach schnüppel loike loike ne wir haben bei uns bei uns erhoffen Geländer, die Bäume freigeschnitten ok 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 na ich habe gedacht ihr habt jemandem die Haare gerücken ja haben wir auch haben unsere Kuhnhaare geschnitten ok wir haben unsere Haare geschnitten ok also Bachki kann ich nicht gern bei mir hier kann ich hier bei mir hier auch alles wegmachen und alles da brauche ich nicht ach tage ich habe so viel Gaub das muss weg schnüppel 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 ich habe gedacht wach Machku auch Bachki ja ne auch das ist schade schnüppel 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 wach Machku auch Bachki findest du das auch schade? ja ich finde das auch schade mhm ach 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 warum hachku geräuscht? ja ich kann auch mal probieren lecker aber den Bär fängt auch das englische Kälger aber jungen ich dachte das ist lecker ich kann auch kein Homa kaufen Herr Bär will ich guck mal gucken ob die Sonnenwelle hier passt ach hier ist viel zu groß Herr Bär die passt doch gar nicht guck mal Herr Bär die passt doch gar nicht bei dir Herr Bär guck mal Jeske guck mal Herr Bär ist cool man ich bin cool man ich bin cool ich bin Herr Bär du bist hässlich Herr Bär du bist hässlich warum ich bin Herr Bär ich geh gut auch ja nein du bist hässlich du bist du gut hässlich nee oder hässlich oder hässlich oder hässlich oder hässlich und noch einmal mit dem Nice Kampf oder hässlich hässlich und konnten schon hässlich Herr Bär hat mal eine Frage noch an dich Bachkeh ja ich bin Herr Bär und ich will mit ihr kämpfen nach GmbLive ja du verlierst ich bin Herr Bär ich gewinn immer hahaha ich bin meine schöne Sonnenbille ich bin Herr Bär ich bin Herr Bär ich bin Herr Bär ich bin Herr Bär wo ist denn 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 Herr Bär ja der ist gerade noch am Pennen warum ist er am Pennen weil ich will mit ihm kämpfen hahaha ja ja ich bin Herr Bär der ist noch am Pennen bitte okay da sie dreimal na so sind tritt dieser flexible also ach mal ist deutsch Mein Akku hat noch weh Akku lagergerät Akku lagergerät Lalalalalala 65 Ok Wo wir gerade 4 und 5 Ich hab auch eine Idee 4 Guck mal Basti Jetzt geht das schöner Guck mal meine schöne Bühne Die von überall ist Da geh ich auch Wie ein Bühne Schaffler Ich geh auch Wie ein Bühne Schaffler Guck mal Leute Du geh auch wie ein Hescher Nee Bühne Schaffler Nee Ich geh auch wie ein Bühne Schaffler Ich geh auch wie ein Bühne Schaffler Ich geh auch wie ein Bühne Schaffler Ich bin eine Banane Eine Banane? Bin ich eine gucke Banane? Häschige Banane Also bin ich eine verdammelke Banane Oder bin ich eine gucke Banane? Häschige Banane Oh mein Gott Kann ich das verbleiben So geh ich auch die Wissenschaftler Leute Guck mal hier auch die Wissenschaftler Ja du bist ein Häschiger Wissenschaftler Ein Faustger Wissenschaftler Häschig Ja warum Ja warum Weil du häschig bist Weil du häschig bist Nee Ich hab gedacht Nein Aber ich glaub ja Ja das ist ein Schaffler Du häschig Nee Was haben wir eigentlich von Event hier? Keine Ahnung Ich hab mir ja schon die Event Event Okay Keine Ahnung Keine Ahnung Ich bin mein Geruch Ich bin ein Geruch Ich bin ein Geruch Oder ich glaub Okay Ich mach ein Geruch Okay Ich bin ein Geruch Ich bin mal kurz aufgeruch Ja wenn die mal Ja das ist gleich ein Schicht Ja, das war. Oh joh, ich habe echt keine Moka, ich kann ja. Wie geht es dir an die Zuschauer ein, wie geht es dir? Gleit mal rein, wie geht es dir alles gut? Wie geht es euch heute? Gleit doch mal rein. Wie geht es euch? Wie geht es euch? Ich bin ein Fischer. Ok, da ist der Opa wieder. Na ja bin ich wieder, ja. Da bin ich wieder. Da ist der Opi. Na bin ich wieder, du Fischer. Da bin ich wieder. Ich bin ein Fischer. Ich bin ein Fischer. Ich bin ein Fischer, Johann. Basti, du warst. Ich habe ein Fischer. Ich bin ein Fischer. Du bist. Du warst nicht weg. Ich bin ein Fischer. Bei mir ist das so ein Fischer. Mh mm 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 mm. Schien da, ich bin bei mir. Oh, wir haben eine Wach. Dann muss ich gleich mit der Kokini, wenn wir vorbei kommen. Du Gauschen hängt immer noch in der Hand. Das wollen wir doch nicht gleich mit Kokini kommen, oder? Ich kann doch mal mit Ando, die kommen wirklich an. Woher Bär, soll ich mit die Kokini bei Bachgib vorbeikommen? Ja, natürlich. Herr Bachgib macht immer nur Unsinn. Wir müssen mal mit die Kokini. Herr Bärgach, ich soll mit Kokini bei dir vorbeikommen. Ich bin meine Oma. Genau. Genau, immer schön in Kommentargeil lachen eigentlich. Ich schaue auch schon viel Kommentargeil. Dann geht er live, nehme ich wieder ein bisschen gepustet. Das ist gut. Immer schön Kommentargeil. Kommt mal eigentlich von den Leuten wieder in Live. Das ist gut. ... Aber es ist ja Weihnachten durche Hotline 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 Wie haben wir denn nun? Weihnachtendorke In knapp drei Monaten Weihnachtendorke Heilige Nachtnacht Oh, ja, ich gucke ihn, kommt bald Oh, ja, ich gucke ihn, kommt bald Oh, ja, ich gucke ihn, kommt bald Heilige Nacht Der Engel der Wacht Oh, ja, ich gucke ihn, kommt bald Heilige Nacht ich gehe weihnacht man kommt bald ich gehe engel aber freu dich geschehen komm bald ab in himm besser ruhe Geht es dem Weichroth hin, dann kommt Gurgelgeil. Gurgeln gegen Wulken, kein Weg ist zu weit. Warum gehst dich an, Fendt ja, und lieb dich ja dann. Und ja, dann noch wieder. Gurgeln gegen Wulken Du kannst den Weichroth hin, oder? Gurgeln gegen Wulken Da, schluss La, lalala, 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 lalala. Mach sogar Bach, hier. Geht nebenbei, oder Bach? Nein, schluss Hm? Mach sogar nebenbei. Ne, ich gucke. Ja, gucke, aber... Ja ok, schreib mal ein bisschen geschützt. Ja, du schreibst. Oh, schreibst du geschützt, geschützt. Oh, der hat ja noch einen Keil drin. Ja, die Schamponien. Ja, die Schamponien. Ja, die Schamponien. Ja, die Schamponien. Na, ja, doch, komm doch, okay, 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 okay. Und geil, okay. Ja, ich will never go'n. Das ist aber nie geburten. Die Leute, mach ich ab, per euch leuce. Mach ich ab! Wach ich ab! und der bach gegen geichen liegt genau das machen wir bach die opa er macht nebenbei wach leute er macht nebenbei wach der opa wer bis müde oder wach opa ich glaube der opa pennt gleich ein leute ich brauche kein hoher gerät nicht gut lauk er fallen mir ja meine ohr ab weil wenn ich keine ohren habe dann kann ich ja nicht mehr hauen ich brauche meine ohren was ich bekomme ich habe einen leute bekommen wo brauchst du noch keine ohren wo brauchst du noch keine ohren nicht ich brauche keine ohren weil ohne ohren kann man nicht hohen im hohen kannst du nicht mehr hohen nee du solltest nicht mehr hohen können wenn du die hüriere wach und du bist eng du bist ja eng und opi oppi ja oder? das ist ein Bär, ja ich kann das nicht sagen also, das ist ein Bär ich kann das nicht sagen ich kann das nicht sagen oh, Gott ich bin Herr Bär hallo ja ich bin Herr Bär im Arsch auf der Welt Ich bin Geherbeer, ich bin Geherbeer, hallo liebe Leute, wacht die Go-Update euch, was macht ihr heute noch? Ach, schönes. Ich spiele nachher nur noch Kacken und Fischen, das wollte niemand wissen. Und hol mir noch einen Runeter, das wollte niemand wissen. Wollte ich doch wissen, was wir heute machen. Ach, du willst dir einen Apfel vom Baum holen? Aha, du willst dir einen Apfel vom Baum holen, okay. Guck, Bach, geh. Hallo Leute, er will dich einen Apfel vom Baum holen, ihr gekackt auf den Baum hoch, das ist lustig. Er hat geräuscht Leute, ich guck. Räusch-Alarm. Mh, 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 mh. Ähm, Bach, geh, welche Farbe haben denn die Öffel am Baum bei dir? Ich bin meine Oma. Ja, ich will ich gar nicht wie gerne Oma auch geh, also, welche Farbe haben die Öffel am Baum, Bach, geh? Äh, wie, ja. Es gibt doch keine Lieder in den Öffel, also Bach, geh, also Leute, ihr meint, ich geb Lieder in den Öffel, wacke her, Leute. Das ist ja Farbenbringend. Ja, meint, es gibt Lieder in den Öffel, Leute, dddddd. Die kommen, ich guck. Die wollen Farben bringen. Ja, weil Lieder in den Öffel gibt es doch gar nicht, Bach, geh. Weggefahrbar hat eine Kuh. Weich, schwarz. Mhm. So, weggefahrbar hat die Milch. Ja, weich. Gut. Ich guck mir das auch, ey. Rookigauko, Bachki, gelbesauko. Welche Farbe hat die Aukko? Rook und gelb. Genau. Ich kann ja eigentlich schöner Bier noch probieren können, Bachki. Ich packe meinen Koffer. Ich spiele scheiß Rookig. Das Bier ist schön. Ich packe in meinen Koffer eigentlich Haarenbauch. Bach, bachst du in deinen Koffer? Ich packe eine Oma in den Koffer. Ach, wirst du gerne mit die Oma in den Koffer? Aber wirklich? Und dann packe ich noch ein bisschen Engerzi in meinen Koffer. Danke für die Rogen. So, Bach, packst du noch in deinen Koffer, Bachki? Was hab ich wohl gesagt? Was packst du noch in meinen Koffer? Ich packe Engerzi in meinen Koffer und dann natürlich auch noch eine Schadenborchke. Ich packe eine P5 in den Koffer und einen Jepkopf. Okay. Okay. Und natürlich darf ich meinen Bär nicht vergessen, den muss ich auch in den Koffer packen. Also, ich packe meinen Koffer hier noch in den Koffer rein. Und dann packe ich noch eine Unkerhoge rein. So. Ich packe in meinen Koffer. Hm. Hm, Bach, bachst du noch in deinen Koffer? Eine Unkerkoche und das noch. Bach, bachst du noch in deinen Koffer? Hm. Ich packe noch in meinen Koffer, bachst du noch in den Koffer? Hm. Doch, fisch. Okay. Ich packe gern noch meinen Heksack in meinen Koffer. Und ich packe gern natürlich in meinen Koffer, packe ich gern noch eine Hoge. Weil ich brauche eine Hoge, brauche ich ja auch. Also, ja. Das packe ich auch noch in meinen Koffer. Du bist gegangen, was packe noch in deinen Koffer? Ich packe einen Keyshock und Stocken ein. Genau. Ich packe auch noch einen Keyshock und Stocken in meinen Koffer ein. Weil das brauche ich ja auch noch. Weil ich muss ja was anziehen. So. Was packe in deinen Koffer, Vika? Ich packe eine Hoche und eine Kaffee ein. Okay. 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 Ich packe in meinen Koffer, warte mal. Ich packe in meinen Koffer, packe ich gern noch in meinen Koffer? Ich packe eine Jacke in meinen Koffer, packe ich noch. Eine Jacke brauche ich ja, weil wenn ich mal Kalk ein Golke, ich brauche Jacke. Und dann natürlich auch ein Käppi. So. Gubis. Und ich packe einen Belofa ein. Und ich packe auch die Jacke ein. Okay. Und dann packe ich noch ein Handy-Lagekabel von meinem Handy. Weil ich brauche ein Lagekabel. Und dann packe ich natürlich noch eine Cola. So. Baki. Was packe in deinen Koffer noch ein? Und ich packe den Auberstumkranken ein und ich packe für meinen Kopf noch ein Lagekabel ein. Okay. Das ist gut. So. Ich packe gern noch in meinen Koffer, packe ich gern noch. Ich überleg gerade. Meine Handgeln packe ich noch ein. Meine Handgeln. Und dann packe ich natürlich einen Geo-Roller einpacken. Weil Geo-Roller brauchen immer. Und jo. Baki. 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 Dann packe ich. Oh. Was kann ich immer noch einpacken, ey. Ja. Überleg mal was du in deinen Koffer noch einpacken willst. Schwierig. Aber dann packe ich auch eine Handgel ein und ich packe noch. Was kann ich noch in deinen Koffer packen willst. Und dann packe ich noch. Denk ich noch ein. Dann packe ich noch. Dann packe ich noch. Oh. Schüppschäuen. Okay. Ja. Okay. Ich packe in meinen Koffer. Ich überleg gerade. Was packe ich noch ein. Ich packe in meinem Koffer noch Schuhe ein. Bei Schuhe brauche ich. Dann packe ich noch in meinem Koffer ein Radio. So. ich habe eingepackt ein radio weil ich das ja bauch und ich packe noch ein radio um ich packe ich packe in meinen koffer packe ich die neue barbuschalkung ein also schalkung oder barbuschalkung packe ich noch in den koffer ein und dann packe ich natürlich noch ein malbuch ein so kann packe ich noch puzzle ein und ich packe noch karten spiegel dann packe ich in meinen koffer weil ich habe ja malbuchkomm eingepackt aber auch ich dann natürlich auch noch buntgifte ich packe noch buntgifte ein natürlich packe ich gern auch ein gagiergummi noch ein so gut ist dann packe ich noch ein ich packe noch in deinen koffer ein dann packe ich noch wakare spiegel ein und dann packe ich noch auch malbuchkommstgestein ich packe in meinen koffer packe ich noch ein ich bin nicht geht gehen auch schon genau ich packe denn noch ein ich packe noch ein kurik hier ein und ich packe denn natürlich auch noch ein wie heißt denn da fällt mir nicht ein gage bonbon ich packe noch ein paar mal wochen auch ich packe ein kuschel hier ein und ich packe noch kaukummisch ein okay so ich packe in meinen koffer ich packe in meinen koffer natürlich noch ein vielleicht brauche ich dir so und dann packe ich in meinen koffer natürlich noch mehr unkerwäsche ein weil unkerwäsche brauche ich immer so ich packe noch in meinen koffer unkerwäsche mehr unkerwäsche mehr keyshorts und mehr hosen okay ich packe in meinen koffer neue kopfhörer ein bei kopfhörer brauche ich auch und natürlich eine powerbank packe ich auch noch in meinen koffer ein so was machst du noch in deinen koffer ich packe in meinen koffer natürlich auch kopfhörer und ich packe noch vier powerpans ein danke für euch leiten so ich packe auch noch in meinen koffer packe ich noch ein bürger packe ich noch ein familienbürger packe ich noch im koffer ein und dann packe ich in meinen koffer auch noch wie heißt denn das b hier machen immer bauch in insekten b packe ich noch ein insekten b so ich hab mir keine gegeben mehr ach mach genau in deinen koffer ich weiß es auch nicht was du in den koffer noch packen willst okay 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 so dann muss ich mir mal etwas überlegen opa 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 so wach gib ihr bier jetzt mal ein anderes bier du musst alles wiederholen mache ich sage ich habe das gegessen und du musst das gleich wiederholen so das ist doch mal was anders und wenn er das richtig macht bist du gerne und ich muss das wiederholen mache du wiederholen so rohkes alko gelbes alko grünes alko grünes alko du bist gerne und wiederholen ich sage nochmal rohkes alko grünes alko und gelbes alko rohkes alko grünes alko gelbes alko genau und jetzt musst du was sagen ich muss das wiederholen schwarzes alko blaues alko schwarzes alko blaues alko schwarzes alko rotes alko naja ich bin falsch schwarzes alko grünes alko blaues alko schwarzes alko grünes alko blaues alko genau ja ich bin ich wieder kuleckenpapier süßigkeiten bonbon kuleckenpapier süßigkeiten bonbon k Очень ganzperson olvid rombo kaugummi tschokiel IDDVIDEN Kaugummi sugko jage un ko j Acco kaugummi tsok coe lare un ko leutta So, dann bin ich ja wieder gegangen, so, lila, rot, gelb, lila, rot, gelb, genau, ich für Vollfruchten und Zwickl, okay, 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 go, liebe Frohge, okay, gern gar ich jetzt gewiegerbach, go, Sonnenbrille, Schopfeich und Kolettenpapier. Sonnenbrille, Schopfeich und Kolettenpapier, genau, machen wir einfach mal guten, so, ich glaube ein bisschen gewieger, Schachmack, Küchen, Küchschrank, Schachmack, Küchschrank, Küchen, genau, so, dann bin ich wieder, Kerminkalender, Sagenach, Kolettenpapier, Kerminkalender, Sagenach, Kolettenpapier, Oma, Kolettenpapier und Kolette, Oma, Kolettenpapier und Kolette, genau, so, dann bin ich wieder, dann bin ich einfach mal Fortnite, GTA und Minecraft, Fortnite, GTA und Minecraft, genau, jetzt bist du wieder, Rekke die Welt, Mikrokspieg und GTA, Rekke die Welt, Rekke die Welt, Mikrokspieg und GTA, genau, jetzt bin ich wieder, so, dann wo ich jetzt gegangen bin, Mediamarkt, Kauflank und Penny, so gut bist du. Mediamarkt, Kauflank und Penny, genau, jetzt musst du wieder was ich sagen muss, so, Kickcock, Hengi und Millkonge. Kickcock, Hengi und Millkonge. Jetzt sag ich wieder was, Millkonge, Kolettenpapier, Kaschentücher, Gubi, mach das Millkonge, Kolettenpapier, Kaschentücher, genau, so, Gubi, Gubi, Gange, mach ich Millkonge, Ringfagina, Euro, Millkonge, Ringfagina, Euro, Millkonge, okay, jetzt bin ich Gange, Liebesfilm, Fortnite, Geschichte, Liebesfilm, Fortnite und Geschichte, okay, so, dann musst du wieder was sagen, was ich sagen muss. Krühe, Krühe, weiß ich noch, Klausch und Mütze. Rühe, Gauch und Mütze, okay, ja. Krühe, ja. Na Krühe, da wurde ich erst gegangen. Benamin, Elefang, Zucca. Rech, ich guckele an der Pizza. Ja, du bist, du bist gegangen. Benamin, such, äh, ich habe schon wieder vergessen, die Gange, Mann. Ok, dann bin ich nochmal gegangen. So, gehen Benjamin Benjamin Bühnchen Elefant und Zucker Elefant Elefant Bakubak ist kaum hermann Holt nach Bakubak Benjamin Bühnchen Elefant und Zucker Ok, dann Ok, dann mach ich gern noch Klaus Essen Nein Ja, auch Essen und Embeck, ok Hab So, dann muss ich wieder was sagen Kuchelkiger aufm Rummel Megiamark Kuchelkiger Kulettenpapier Aukoscheibe Kulettenpapier Aukoscheibe Ob ich gesagt Gawgengmuch Ich will jetzt was sagen Ok, okay Ich überlicke Gawgengmuch Genria Einfach mal Supermarkt, Penny, einkaufen Supermarkt, Penny, einkaufen Genau, genau so Wie mache ich gerne? Kickcodes, Kolecken, Papier, Mülleimer Kickcodes, Kolecken, Papier, Mülleimer Okay, dann gage ich einfach mal Ich gage denn mal Aldi, einkaufen, Müllkonge Aldi, einkaufen, Müllkonge Genau, jetzt muss ich probier was sagen, was ich sagen muss Jetzt muss ich probier was sagen, was ich sagen muss Boah, hmmm DKA, Bayer, Bayer Äh, Müllkonge DKA, Baller, Baller, Müllkonge So, dann gage ich ja was sagen Dann gage ich einfach mal Lieberfilm, Yam 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 Romankisch Lieberfilme, Yam Yam Romankisch Okay, Papier, gut Moch, 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 moch Chinesische, äh, Ch-, äh, Koreaner Filme Geil Ne, 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 da muss ich anderswo, ne, 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 gar ich nicht Anderwoog, Bachki, ne, 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 ne Warum? Da ist ja hoch, ah, ja, oder? Ging aber anderswoog, Bachki Gut Pischer Okay, gut Pischer Klaus Gut Rung 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 Oh mein Gott, was für was vernimmt ihr Opa? Ja, ganz eher halt Klaus, Klaus, Eier, Kopf. Doch, Eier, Kopf, okay. Genau, ich gehe, ich gehe, mein Kopf geht auch wie ein Ei, ich gehe auch, mein Kopf geht auch wie ein Ei, ich gehe auch. So, dann gehe ich jetzt, so, jetzt bin ich wieder, komm, jetzt bin ich wieder gegangen, ah, ist schön. Bach, die Elefanten in den Kierpark muss gehen. Was? Bach, die Elefanten in den Kierpark gehen. Bach, die Elefanten in den Kierpark gehen. Das war gut, oder nicht Leute, das war auch gut. Das war auch gut, oder nicht Leute? Klaus, auf der Straße ein Euro baggeln. Doch, auf der Straße ein Euro baggeln. Okay. Danke für die Leute. Dann bin ich jetzt wieder gegangen. Bach, die muss in den Kierparkpark baggeln gehen. Bach, die muss in den Kierparkpark baggeln gehen. Ach, man Leute, das ist wirklich so gut. So, Klaus, PS5 auf den Fenster werfen. Auch, PS5 auf den Fenster werfen. Okay. So, dann bin ich jetzt wieder. Bach, die muss gerne lauke PS4 auf den Fenster werfen. So. Bach, die muss die Jauke PS4 auf den Fenster werfen. Jo, heil ich euch mal. Oh, Mann, oh, Mann. So. Klaus, Schmeich, sein Handy auf den Fenster. Doch, ich weiß kein Handy auf den Fenster. Okay. Okay. Okay, Bach, die haben wir keine Hilfe. So, dann bin ich wieder gegangen. Bach, die weiß keine Brille auf den Fenster. Bach, die schmeißt seine Brille auf den Fenster. Okay. So, Klaus, Schmeich, auf den Fenster, sein Fernseher. Doch, ich weiß keine Brille auf den Fenster. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. So, wenn ich wieder gegangen. Bach, die weiß kein PC-Monikor auf den Fenster. Bach, die schmeißt sein PC-Monikor auf den Fenster. Ja, schmeißt sein Sofa auf den Fenster. Genau. Das war ja kein Schmerz. Wie ich auch alleine hochgekommen. Doch, ich weiß kein Grup auf den Fenster. So, wenn ich wieder, bin ich. Baki weiß keine Grille auf den Fenster. Bach, die schmeißt sein Kurze auf den Fenster. Oh, Mann. Ja, schmeißt seine Schrenke auf den Fenster. geht ja auch gar nicht okay dann klaue ich mache ich einen Schrank kaputt ich bin wieder ach ich bin ja wieder so Bach geht nach Palma de Mallorca und Beckel Bach geht nach Palma de Mallorca Beckel Klaus geht nach China Beckel doch geht nach China Beckel so ich bin ich wieder Bach geht in China arbeiten Bach geht in China arbeiten das finde ich noch gut Klaus geht Klaus geht Klaus geht Oh nein jetzt kommt es wieder Leuka Oh nein Leuka bekommen wir es wieder Oh mein Gott Klaus geht Klaus geht äh Sugi Amish und hmm was kann er denn noch machen ja 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 ein euro doch die Klaus die Amish und Beckel nach ein euro genau ok 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 ich bin Bach Bach geht ich bin ein Robocke ich bin ein Robocke Ich bin Klaus ich bin aufger Kulecke Ich bin Gauch, ich bin auf Gulecke, okay, jetzt bin ich Viga, ich bin Bachki und Kache Engerki. Ich bin Bachki und Kache Engerki, aber ganz schön für die eine Spenge. So, Gang, ich schweige, du bist Viga. So, warte mal, guck mal nach dem Handy ab, guck mal. Okay. Ja, noch reich ich, kann noch ein paar Minuten. Okay. So, äh, so, warte mal, so, ups, ähm, Klaus, hm, Klaus, hm, Klaus, hm, Klaus, hm, Klaus, hm, gegen Puff. Doch, gegen Puff, 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 so. Kickcourt braucht dich. So, jetzt bring ich Gauch, Bachki, gegen Kierpark. Bachki, gegen Kierpark. Klaus, gegen Kierpark. atically. So, bei mareserde. aff City. showed an die der r entraire, wenn du i n y mak. BachKirpark. Tschüss澄etti, 54arni, 53arni, 54arni, 54arni. Das cho pa Adsene procede auf japperte Service. Ito medio, daхаensat ول Bennett, 35arni, 53arni, 54arni, 58arni, 54arni, Farni. doch geht auf den weihnachtmarkt genau okay guckbach die sinkt weihnacht liga was die sinkt weihnacht liga klaus in krengt naja auch in krengt naja gut oh mein gott bachi geht zum friseur und sagt schneiden wir nicht die haare ab klaus geht in den supermarkt kauft sich einen burg und will nicht bezahlen oh wow oh wow oh 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 Hahaha Hahaha Okay, so So, so Angehörig, ja? Ja, genau. Die können wir ein bisschen länger wissen. Oh nein. Der Klaus geht in Gröna jagen und bestellt sich seine Soße und will nicht bezahlen. Doch, geht in Gröna jagen und will nicht beschagen. Er beschreibt mich im Monat. So. Okay. Okay. So. So. Bach geht in Gröna jagen und will auch nicht beschagen. Er beschreibt auch nicht Weihnachten. Bach geht zum Gröna jagen und will nicht bezahlen. Er bezahlt nicht Weihnachten. Genau. Das geht in Gröna jagen und will nicht beschreiben. Gar nicht. Ich kann auch vom Gröna jagen und kann nicht beschreiben, weil er kein Geld dabei hat, weil er kein Geld vergessen hat. Keine Ahn. Man kann doch ein bisschen abwandeln, das geht. So, jetzt komm ich wieder. So, Bachki. Bachki, der geht vom Supermarkt und will keinen Einkauf nicht betahlen und beglebt die Oma an, dass die Oma ihm Geld gibt. Wow. Nene, nene, nene. Nene, nene. Nene, nene. Alkobis könnte ich sagen, ok. Dann haben wir mal so, Bachki geht vom Supermarkt und sagt, Opa gib mir mal ein bisschen Geld, ich hab mein Geld vergessen. Bachki geht vom Supermarkt und geht zum Oma. Opa und fragt nach Geld. Oma. Ich geh in den Supermarkt, geh zu einer Oma und fragt, krieg ich Geld? Ich hab mein Geld vergessen. Ich geh in den Supermarkt und fragt die Oma nicht und freut mich, Oma könntest du mir ein bisschen Geld geben. Ich geh in den Supermarkt und fragt die Verkäuferin nach Geld. Ich geh in den Supermarkt und fragt höflich die Verkäuferin nach Geld. Oma. Ich hab mir auch nicht mehr ein. Führerspiel. Mein Kopf ist schon kaputt. Okay. Okay, dann machen wir jetzt mal ein anderes Bier. Ich hab genug Bier im Kopf, die am Bieren kann. Hä? Go, go, jetzt kommt das nächste Bier. Das nächste Bier lauertig was vorgeschnitten. Das nächste Bier lauertig was vorgeschnitten. Ich geh lieber mal. So, ich fang jetzt an und ich spiel jetzt geile Möglichkeiten auch. Und du musst gern was davon lieber machen, vorgeschnitten. Wolltest du lieber eine Wilkwembe-Frau auf den Mund küchen? Oder wolltest du lieber auf den Rummel gehen? Oder wolltest du lieber ein Jahr im Gefängnis gehen? Auf Rummel. Okay. Okay. So, jetzt geh ich auf Gummi und dann geh ich auf den Mund. Und dann geh ich... Ähm. Wo ich halt geh an, wolltest du lieber machen, vorgeschnitten. Wolltest du lieber bei einem Mädchen, wo sein Freund dabei ist, das Mädchen auf der Backe küchen? Oder würdest du in den Supermarkt gehen und da einkaufen? Oder würdest du lieber in Rummel gehen? Ähm. Ich würde lieber G.V. auf dem Backe küchen, G.V. Ja. 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 Geil, wenn ich jetzt wieder so. So, Batschi. Wolltest du lieber... Wolltest du lieber eine Frau auf dem Backe küssen? Oder würdest du lieber einen Jungen auf den Mund kauen? Oder würdest du lieber in den Supermarkt gehen und sagen, hallo, hier bin ich? Ja. Okay. 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 Ich würde lieber einen Mädchen flirten, würde ich lieber in den Supermarkt gehen und sagen, ich rufe eine Freundin oder würde ich lieber in den Kaufland gehen und die an der Kasse auf der Backe kämpfen. Ich würde lieber in den Supermarkt gehen und sagen, ich rufe eine Freundin. Okay. Das würde ich lieber machen. Würde ich lieber zehn Jahre im Gefängnis gehen oder würde ich lieber eine Frau in den Supermarkt auf den Mund küssen oder würde ich lieber einen Jungen auf den Mund küssen? Ja, würde ich lieber den Supermarkt mit einer Frau nehmen. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Würdest du lieber bei einem Mädchen, welcher einen Freund hat mit den vierten oder würdest du lieber in den Supermarkt gehen oder irgendein Mädchen auf den Mund küssen oder würdest du lieber 20 Jahre ins Gefängnis? Okay, okay. Würdest du lieber auf den Mund küssen oder in den Supermarkt gehen oder würdest du lieber zehn Jahre ins Gefängnis gehen oder würdest du lieber unbeschart arbeiten gehen oder würdest du lieber unbeschart arbeiten gehen oder würdest du lieber unbeschart arbeiten gehen? Würdest du lieber sagen, ich bin Bachki, ich rufe eine folgende. Ich würde das Glück nehmen. Also mach ne B. Ich äh, das kriege und Bachki suche eine folgende. Okay, okay. So, indiskubieren wir einfach. Indiskubieren wir einfach gar nicht. Würdest du lieber, würdest du lieber kein Sofa kaputt machen, würdest du lieber keine P5 auf den Fenster werfen oder würdest du lieber kein Fernseher mit dem Hammer kaputt machen? Okay, dann würde ich joggeln. Okay, dann würde ich joggeln. Das Sofa kaputt machen ist nicht gut leicht. Wichtig, auf gar keinen Fall. Gern gefahren gehen. Er ist gut uralt. Von gar her. Wollt ich gefahren gehen. So, dann würde ich schwer gange. Würdest du lieber, würdest du lieber ein Liebesbeefreim für eine Frau, ein Liebesbeefreim oder würdest du lieber eine Völkwembe Frau mitten auf der Gase auf den Mund küssen oder würdest du lieber eine Frau Kompliment machen, die ein Freund hat? Ich würde gerne eher auf der Straße einen grünes Wings küssen. Okay, okay, okay. Hm, was kann ich denn noch? Meike, wie finde ich? Ich mache egal. Ich denke, ich mache das auch Guckoo gar nicht. Leute, ich mache was anderes. Würdest du dir lieber für 5.000 Euro dir 5 4K Fernseher kaufen? Würdest du dir lieber eine auf der Straße gehen und dich aufbringen? Ich suche eine Freundin oder würdest du lieber irgendeine Völkwembefrau auf dem Fußballperkstisch mit anderen Leuten geschehen? Okay, ich glaube, ich würde lieber auf der Gase gehen und sagen, ich suche eine Freundin, das ist besser. Okay. Das ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Das ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Weil ein paar Leute, ja gut, das ist keine Hohenleute, aber das ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Also ich nehme es, ist besser. So, jetzt kann man nicht. Würdest du lieber die Verkäuferin von Burger King auf dem Mund küssen oder würdest du lieber auf der Gase gehen und sagen, ich suche eine Freundin oder würdest du lieber auf der Gase gehen? Oder würdest du lieber in den Supermarkt gehen und sagen, hallo Leute, ich suche eine Folgende. Ich würde erst mal den Supermarkt gehen. Okay, da gehen wir aber viele Leute. Okay, okay, gut. So, gehen wir nächste. So, dann bist du wieder. Danke, Frau, ich schenke. Würdest du lieber mit YouTube aufhören, würdest du lieber mit TikTok aufhören oder würdest du lieber mit Inkagam aufhören? Na, das ist schwierig. Inkagam, Kickagam, YouTube. Das ist eine schwierige Frage. Kickagam, YouTube, Inkagam. Inkagam, hm. Ich glaube, ich nehme Kickagam. Ich nehme Kickagam. Weil YouTube habe ich schon länger und Inkagam auch. Von daher, würde ich Kickagam aufhören. Die gleiche Frage, gehen wir mal von mir? Was würde es gut lieber machen? Die gleiche Frage. Ich würde mit dem Superaufhören. Okay, wo hast du mit dem Superaufhören? Okay, 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 okay. Okay, so, dann mach ich mir wieder ein paar Tage. So, das geht wirklich wieder in das Richtung, aber nur anders. Würdest du lieber Eier auf Instagram blockieren? Oder würdest du auf TikTok Eiervideos, äh, Jöschen und Neu hochladen? Oder würdest du auf YouTube deine ganzen, äh, 5000 Videos, Jöschen auf deinen Hauptkanal? Okay, das ist alles nicht so geil. Das ist alles nicht so geil. Eingefangen musst du. Okay, dann würde ich dann auf YouTube auf gar keinen Fall. Ich würde nämlich die TikTok-Videos lassen und neu hochladen. Okay. So, die gleiche Frage gehöre jetzt mal von Gichtbach, die mit einem kleinen Video und einfach gut. Genau das gleiche, wo Gicht ist. Haha. Ich würde ihn schocken nehmen. Okay, okay, Bache. Ey, okay. So, dann geh mir mal eine Frage, wie er gleich hat Gichtbach geht. Hm. Würde ich gut... Wir... Hm. Würde ich gut lieber auf Instagram beleidigen? Ich nur... Ich... 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 Ja... Ist ja nicht echt, aber... Ich nur ein Spieler. Äh, würde ich gut lieber auf Instagram beleidigen? Oder auf TikTok oder auf Instagram? Oder auf Instagram? Wenn ich... Wenn ich kein Muss... Wenn ich kein Muss... Wenn wurde ich auf Instagram, weil da kann ich auch privat beleidigen. und auf ingegangen habe ich das ja auch mal gemacht so machen im kuh ich schlage kock ok nur noch mal kock kock zwar herzlich willkommen liebe leute macht die kappe und alles gut bei euch mein handy gibt gleich auf mein handy gibt auch schon lange schon ja ich hab mal gemacht ich hab mal gemacht ich hab mal gemacht ich hab mal gemacht vor die leute gegen leute verpasst haben ich will es noch mal erwähnen ihr könnt euch gegen leute auch noch mal auf youtube angucken liebe leute eine roge brauchen wir wie er geht gegen leute könnt ihr euch auch noch mal auf youtube angucken ich wollte es noch mal bei youtube hochladen vor die leute die gegen leute verpasst haben sollten das wird noch mal als video vorhanden sein falls ihr was verpasst habt liebe leute wird es noch mal auf youtube als video vorhanden sein falls ihr was verpasst habt verpasst würdest du lieber deine ganzen äh PS4 Hecksacks kaputt machen oder würdest du lieber dein äh oder würdest du lieber wo dein äh äh dein ganzes Geld äh abgespeichert durch kompakt löschen das heißt die karten kaputt machen Haik okay dann wo ich gern mhm karten kaputt machen die karten kann erneuer bei Angang karten kaputt machen natürlich die kann erneuer bei Angang haha so 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 jetzt würdest du lieber Bach würdest du lieber dein Handy kaputt machen oder würdest du lieber dein PC kaputt machen mhm dann würdest du mein Handy kaputt machen okay mhm ähm ich könnte man wechseln drüber gleich feierabend liebe Leuke wir machen jetzt drüber eng und gleich ich feierabend Leuke genau würdest du lieber von keiner Schwester das Handy kaputt machen würdest du lieber äh von keiner Schwester keine vier vergräbt kompeten gitten oder würdest du lieber von keiner Mucker das Handy kaputt machen hihihi hihihi irgendwo geht von meiner Mutter weil meine vielleicht keine bauch hihihi vor jeder Arbeit. Okay. So. Okay, eine Frage kannst du noch stellen. Okay, die Frage logisch. Wolltest du lieber von deinen Brüdern das Handy kaputt machen, oder von deinem Fahrt das Handy kaputt machen? Hm, von meinen Brüdern. Okay. Die sagten ja aber mir ja gar nicht aus, wenn wir machen, Borges. Ja. Die hätten ja mega auch gedacht, keine Brüder, wenn wir machen murchbar geil. Ja, die doch nicht. Die Handy haben nicht über 4,5 Euro. Oh mein, Bachke Bachke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, lieber Jörg. Liebe Leute, wir müssen das noch mal ansehen. Liebe Leute, das ging nur um Gehaltung, liebe Leute. Wir haben gar nichts angemeldet. Das war nur um Gehaltung, mehr war es nicht, liebe Freunde. Vor die Leute, die euch ja immer alles annehmen müssen. Es war nur um Gehaltung, mehr war es nicht. Es war nur um Gehaltung-Programm, mehr war es nicht. Das ist so wie im Fragen gehen, wenn ihr jetzt da AKFY guckt. Das ist um Gehaltung-Programm, mehr ist es nicht, liebe Leute. Nichts ist gar von Ernst gemeint. Es war nur um Gehaltung. Ich dachte, ihr bist Gehaltwisch. Ja. So, jetzt können wir morgen verabschieden. So, liebe Leute. Wir werden uns, äh, wir beenden das Gehaltchen. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Und wir hören uns. Genau, Leute. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau.